Das war ein großes Gebetshaus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wo ist er denn? Ich bin gespannt. Die ältersten Pflichten seien auch die Stühle am Torsten. Kann man hier auch Millis hochsehen? Ne, da kann man nicht. Kann man hier nicht. Auch nicht. Kann man hier nicht sehen? Alter, das müsst ihr suchen. Guck mal, da steht jetzt. Die Hälfte kommt da. Da, da, da. ggm nutz Da, der Hälfte kommt da, dass es hier ist. Das sind halt auch die Hälfte. Ohar! Das ist das von der Eidrohane. Aber man ist gerade wieder runter. Aber man ist gerade wieder runter. Na, herrhoch. Na, herrhoch. Wieder runter. Die Hüte noch wieder runter. Gehen wir jetzt runter? Fangen wir weiter nach hoch?